Schmerzfrei bei Tennisarmbeschwerden. Diagnostik, Therapie, Training. Mit Dr. Matthias Marquardt. Hallo, ich bin Matthias Marquardt. Ich zeige euch heute, wie man einen Tennisarm therapiert. Dafür haben wir Mara zu Gast. Mara, nimm doch bitte Platz. Mara, was hast du genau für Beschwerden? Seit ein paar Monaten tut sie oben im Ellenbogenbereich ziemlich weh. Und bei welchen Bewegungen tritt dieser Schmerz da besonders auf? Hauptsächlich bei Greifbewegungen oder wenn ich schwer was hebe. Okay, und hast du bei dir in deinem Alltag auslösende Faktoren dafür? Bist du da besonders belastet? Ja, ich bin Physiotherapeutin und mache sehr gerne Kraftsport und dann sind das natürlich Faktoren, die da mit reinspielen. Okay, da hast du also viel Greifbelastung, die das dann auslösen. Okay, dann wollen wir das jetzt mal genauer untersuchen. Der Tennisarm ist eine häufige Erkrankung. Ein bis drei Prozent der Bevölkerung leiden darunter und Tennisspieler haben tatsächlich zu 50 Prozent im Laufe ihrer Karriere derartige Probleme. Es handelt sich um eine Überlastung der Streckmuskulatur von Unterarm und Fingern, die hier oben am Ellenbogen ihren Ursprung nehmen. Häufig tritt die Überlastung durch wiederholte Tätigkeiten wie das Arbeiten an der PC-Maus, Kraftsport, Physiotherapie oder andere eintönige, belastende Tätigkeiten mit Greiffunktion auf. Mara, ich würde jetzt einmal deinen Ellenbogen untersuchen. Die maximale Beugung und Streckung, das macht dir keine Schmerzen. Auch die Pro- und Suppinationsbewegung hier aus dem Handgelenk schmerzt nicht. Entscheidend ist jetzt die Unterarmmuskulatur, also die Handgelenksstrecker hier auf der Unterarmrückseite. Die werden hier schon etwas fester und da oben ist hier Ansatzpunkt direkt hier am Knochen, am Ellenbogen. Und das merkst du schon, da tut es weh. Das ist die typische Stelle, wo die Ursprungssehnen der Streckmuskulatur sich entzündlich verändern und Schmerzen machen bei Belastung. In der Ultraschalluntersuchung sehen wir hier das Radiusköpfchen. Da drüber die Strecksehnen, die hier oben ihren Ursprung nehmen, die sehen hier erfreulicherweise normal aus. Wir würden dort Veränderungen sehen mit Blutgefäßen, die einwachsen, mit kleinen Teilrissen und Verdickungen der Sehne, wenn solche Beschwerden über sehr lange Zeit gehen. Erfreulicherweise steht hier die funktionelle Überlastung im Vordergrund. Mara, was wir sehen, sind die typischen Überlastungssymptome der Unterarmstreckmuskulatur, die hier an dieser Stelle Schmerzen machen. Man nennt das einen Tennisarm. Warum genau Tennisarm? Ich spiele ja eigentlich gar kein Tennis. Der Begriff Tennisarm führt oft zu Missverständnissen. In der Tat tritt die Überlastung der Unterarmmuskulatur mit dem Sehnenansatz hier oben typischerweise bei der Rückhand vom Tennis auf, weil ich hier viel Kraft über diese Muskulatur leite. Die Tennisarmüberlastung ist also an dieser Stelle und es gibt auch noch einen Golfer-Ellenbogen, der befindet sich an der Innenseite, wo die Beugemuskulatur ansetzt. Und da hat man eben beim Golfschwung mehr Belastung drauf, weil ich jetzt hier den Widerstand habe. Aber Golfspielen, Tennisspielen sind gar nicht die häufigsten Trigger für diese Überlastung. Es sind nur gängige und geläufige Begriffe. Viel öfter treten solche Beschwerden, insbesondere die des Tennisarms, bei Alltagsüberlastung auf. Also die immer wiederkehrende Mausbewegung am PC, die immer wiederkehrende Tragebewegung von zum Beispiel schweren Bratpfannen in der Küche, wo hier gehalten werden muss. Alles, was mit Greifbewegungen einhergeht, überlastet eben auch hier die Streckmuskulatur, die hier als Widerlager gilt. Und wenn man dann drei Jahre keine Gartenarbeit gemacht hat und die Heckenschere in die Hand nimmt, dann überlastet auch diese Greifarbeit gerne an dieser Stelle. Tennisarm, Golf-Ellenbogen, beides heißt nicht, dass man diese Sportarten durchführen muss. Meistens treten die Beschwerden durch Alltagsüberlastung auf. Mara, diesen Tennisarm können wir behandeln, indem wir zum einen den schmerzhaften Punkt hier oben gezielt mit Injektionen, Stoßwelle, manueller Therapie behandeln, damit du schnell schmerzfrei wirst. Entscheidend ist aber, dass für deine Alltagsbelastung und für deine sportlichen Belastungen ein kluges Training installiert wird und dass du mit den richtigen Übungen für dauerhafte Schmerzfreiheit sorgst. Und dafür ist auch entscheidend, die richtige Aufrichtung in der Haltung herbeizuführen. Denn nur wenn ich ordentlich sitze und meinen Schultergürtel richtig positioniere, können auch Ellenbogen und Handgelenke schmerzfrei arbeiten. Wird das wieder gut? Der Tennisarm ist gut zu therapieren. Mit einer strukturierten Therapie kann man deutlich über 90% der betroffenen Patienten gut helfen. In den wenigen therapieresistenten Fällen gibt es noch intensivere Therapien, wie das Veröden von Gefäßeinsprossungen oder das Verabreichen von Botox-Injektionen hier im Bereich der Unterarmstreckmuskulatur, um die Spannung am Sehnenansatz zu reduzieren. Operative Maßnahmen sind nur in absoluten Ausnahmefällen indiziert. Die lokale Therapie des Sehnenansatzes kann die Heilung deutlich beschleunigen. Wie hier zum Beispiel mit einem Eigenblutkonzentrat, was unter Ultraschallkontrolle direkt an den Sehnenansatz gespritzt wird. Auch Stoßwellentherapie, Lasertherapie und Magnetfeldtherapie helfen die Sehne zu regenerieren und die Schmerzen zu lindern. Mit manualtherapeutischen Techniken wird die schmerzhafte Unterarmmuskulatur gedehnt und im Ansatzbereich entspannt. Beim Flossing wird das Ellenbogengelenk und somit der Sehnenansatz der Unterarmmuskulatur sehr straff gewickelt. Es werden unter dieser straffen Wicklung mehrere belastete Bewegungen, beispielsweise durch Liegestütze oder in leichterer Ausführung Liegestütze an eine Wand gelehnt, Bewegungen des Ellenbogengelenks durchgeführt. Danach wird das Band entfernt und es kommt zu einer Mehrdurchblutung des Sehnenansatzes. Es werden drei Durchgänge mit jeweils zehn Liegestützen durchgeführt. Die Dehnung der Unterarmstreckmuskulatur wird zweimal für 30 Sekunden gehalten. Mit der Faszienrolle wird die Unterarmmuskulatur detonisiert. Der Effekt wird umso stärker, je weiter man sich von der Wand entfernt aufstellt. Das exzentrische Training der Unterarmstreckmuskulatur ist die entscheidende Übung zur Therapie des Tennisarms. Führe bei strikt auf den Kasten aufgelegten Unterarmen dreimal 15 Wiederholungen durch. Arbeite bei dieser Übung nur aus dem Handgelenk. Das Training der Unterarmbeugemuskulatur hilft, die Unterarmstreckmuskulatur zu entspannen. Lass die Handhilfstange bis auf die Fingerkuppen hinablaufen und ziehe dann mit den Fingerbeugern und den Handgelenksbeugern die Handhilfstange nach oben. Auch hier solltest du dreimal 15 Wiederholungen durchführen. Mit dem Flexbar führst du eine Verwringungsbewegung wie beim Auswringen eines Handtuchs durch. Es wird so die Unterarmbeuge und Streckmuskulatur gegenläufig trainiert. Führe drei Durchgänge von jeweils 20 Wringbewegungen durch. Mit dem Theraband trainieren wir die Außenrotatoren im Schultergelenk, um die Aufrichtung im Schultergürtel zu verbessern. Hierdurch wird auch die Funktion des Ellenbogengelenkes verbessert. Führe dreimal 20 Wiederholungen mit dem Theraband durch. Durch den Unterarmstütz wird der Schultergürtel aktiviert. Achte bei der Übungsausführung darauf, dass das Schulterblatt aktiv nach vorne gedrückt wird. Halte die Übung dreimal für 20 bis 30 Sekunden. Die Dehnung des Schulternackenbereichs hilft dabei, Spannungsketten von der Halswirbelsäule bis in den Unterarm aufzulösen. Halte diese Übung auf beiden Seiten jeweils für zweimal 30 Sekunden. Beim Rudern im Schlingentrainer wird die Zwischenschulterblattmuskulatur effektiv trainiert. Führe dreimal 15 Wiederholungen dieser Übung durch. Bei gutem Trainingszustand kannst du die Übung intensivieren, indem du die Griffweite vergrößerst. So funktioniert die Therapie des Tennisarms und das Übungsprogramm von Mara kannst du genauso umsetzen. Entscheidend das Exzentrik-Training für die Unterarmmuskulatur, das Flossing und auch das Rollen mit der Faszienrolle zur Entspannung der Unterarmmuskulatur. Weitere Videos zu Sportverletzungen findest du hier in der Playlist und du kannst gerne unseren Kanal abonnieren. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Training.